Hallo meine lieben Freunde! Ja, jetzt bin ich zum Chinesen geworden, nee! Willkommen zurück zu Mario Kart 64! Der letzte Mal heute im Mushroom Cup! Wir sind unterwegs mit Donkey, Donkey, Monkey Face, Donkey Maeve, okay, er hofft mich zu drängeln! Und wir gehen nochmal in Luigi's Waysway, Moomoo Farm, Kürbe-Türbe-Beach und den Kali-Maui-Desert! Epische Strecken! Fahre mich... Hä? War das nicht immer so, dass früher... Guck mal, Mirror Mode, da steht jetzt Luigi's rückwärts! Ich dachte aber eigentlich, bei Mario Kart oben steht dann immer Tracheo-Ram oder so! Wie spricht man verkehrt rum aus, die Quellikard? Mario Kart! Hm, Tracheo... Tracheo-Ram oder irgendwie so! Halt mal hier lesen! Oder was, bei Double-Nashik wisst ihr nicht mehr genau! Obwohl, hier im Mirror Mode, ihr seht alles verkehrt rum irgendwie! Sah mal anders aus! Zum Glück ist, äh, eigentlich, ja, nur die Strecke irgendwie verkehrt oder so gespiegelt! Ansonsten eigentlich nix, die Steuerung ist nicht verkehrt oder so, also eigentlich nur nochmal so einen kleinen Mini-Bonie! Die sind auch genauso schnell, glaube ich! Und ich glaube, die PCs sind auch genauso schwer, also von daher... Macht das hier jetzt nicht wirklich einen großen Aufwand! So, wer will übrigens... Huch! Hey, hallo, das wollt ihr gar nicht! Und wie kann ich mit dem rechten Z-Knopf offenbar Items abwerfen? Das ist ja ein bisschen creepy! Oh, ich wollte das Item haben! Ich hab das noch nie bekommen! Also, ich dachte, ich hab's bestimmt schon mal bekommen, aber ich hab's so einfach vergessen! Aber ich möchte mal meinen, dass da ein Stachelpanzer drin ist! Also, das hab ich jedenfalls in Erinnerung! Ich glaub, ich hab ihn wirklich schon mal ingesammelt! Da muss man aber Sternen drauf haben! Und dann wird die Speed und so, und dann kriegt man ihn auch! Ansonsten eigentlich nicht! Aber ich hab euch das Gefühl, tatsächlich langsamer zu sein! Oh, 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 oh! Ich bin Erster! So, ich glaub, jetzt hab ich das Gefühl, wieder genauso schnell zu sein wie vorher! Manchmal liegt's an der Zoom-Stufe! Da ist der Ballon! Komm runter, Ballon! Jetzt so schnell! Das war zu früh! Auf jeden Fall kommt man mit dem Jump'n nach ran, irgendwie! Ich glaub, da ist ein Stachelpanzer dann immer drinne! Aber als erster will ich den sowieso nicht haben, weil ich glaub, wenn man als erster Stachelpanzer abschießt, trifft man sich selbst! Das wär doch wirklich extrem fail! Sowas will keiner! Wär ein glatter Self-Own! Gefickt, Alter! Vario ist hinter mir! Ba-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban-Ban! Jetzt war schon im Driften jetzt! Ich bin erster und ich hoffe, das bleibt so. Banaba, hier frisst das. Boing! Dann mach ich schon. Sammel lieber da der Bananen, als auf dem Car zu fahren. Obwohl ich fahre, so ein Kumpel Funky kommt an Mario Kart Wii, weil der gibt ja einen Speedboni. Ja, voll fies. Wer übrigens mal Mario Kart Wii online gegen mich zocken will, ne, PN schreiben und so, dann Freundescodes austauschen. Ich hab dann aber viele in der Freundesliste frei, das ist ja schöne. Ich kann mir vorstellen, wenn so ein berühmter Nintendo-Let's-Player so mal seinen Mario Kart Wii-Code aushabt, oder ist er von 10 Minuten die ganze Liste voll. Man kann ja bloß so bestimmte Anzahl an seiner Freundes zu speichern, aber ich würde gerne mal wieder mal ein bisschen Online-Mario Kart Wii dallingen. Neuerdings hat Leute in der eigene Wii als spiel ich mit dem ab und zu, aber er kommt nicht gegen mich an. Hier in dem Spiel schickt er mich allerdings jedes Mal, also jetzt nicht so wortwörtlich gesehen, ihr wisst schon. Alter, muss meine Mucke hin. Ah, da, 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 da. Jetzt will ich mal wieder auf der Mucke fahren. Skaps! Friss das, du Spaten! Ich brumse deine Mutter. Also, nicht wortwörtlich, ihr wisst schon. Nur so, so, nur so metaphorisch. Das wäre doch sonst voll eklig. Die ist doch bestimmt viel zu alt. Ist schon x-mal gefaltet. So, oh, ein Pilz geklaut. Wow, toll. Ist ja supi. Super. Unterbrechung, Moment kurz. So. Ah, drücken. Bam. Dann wieder ein Pilz durchrüsten. In die Nitro einspritzen. In die Pilze einspritzen. Jetzt, jetzt klingt wieder ein Mario-Klischee. Oh. Bam. Oh, ich habe ihn getroffen. Dabei habe ich mich auch. Man, Mist. Aber ich bin schneller wieder auf Tour. Denn ich bin ein Monkey-Face. Wow. Alter, ich bin viel zu weit Richtung Maulwürfe gefahren. Das war echt gerade wirklich ziemlich riskant. Leider ist mein Let's Play nicht so bekannt. Bam, 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 bam. Eine Bananenstaude. Hat der Donkey aufgemampft. Voll fies. Gib mir bloß nichts ab. Im Osten sind Bananen der Mangelware. Hahaha. Ja, früher mal. Zu DDR-Zeiten. Eine Bekannte meinte allerdings, dass sie immer um den Osten verwandt haben, die das heute noch denken. Die wissen noch viel mehr Bananen. Mhm. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Mittlerweile ist doch alles globalisiert und so ein Rotz. Oui, twam. Twam, twam. Flip, 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 flip. Schön die Bananen hingeschissen im Ziel. Richtig schön in so einen gelben Streifen gelegt. Ist allerdings jetzt hier nicht irgendwie... Vergessen wir das ganz schnell. Sieht auf jeden Fall schon deutlich besser aus als beim 150 CC Cup. Letztens hier der Spiegel Cup. Äh, Spezialkup. War ja ätzend, ätzende Substanzen. Ba-dam-bam-bam-bam. Der Kürbe-Türbe-Beach. Nun on the left-right mode, ne? Hier verkehrt. Und ich hab den Hinweis bekommen, dass man auch so die Runde abkürzen kommt, weil man einfach nur im richtigen Moment springt. Na ja, in der ersten Runde kann man sich noch so einen Fehler leisten. Und so. Mal ganz leise aufstoßen, dass keiner hört. Und dann im Let's Play erwähnen, damit sie es doch wissen. Haha, super Idee. Hier frisst das. Oh, daneben. Ich konnte nicht echt schon mal besser zielen. Das hat echt ein bisschen nachgelassen, Mann. So, das probier ich jetzt natürlich einfach mal aus. Alter, Mann. Boah, jetzt sind wir Baller dazwischen gefahren. Die Portsaum. Mann, Alter, ich will Items endlich mal haben. Du bist doch eine stinkende Portsaum. Okay, das war Fail. Total Auto-Fail. Gut, jetzt spiele ich hier aber zu viel rum. Aber ich bin ja zweimal Erster geworden. Sollte halt echt kein Problem mehr werden. Fahr, Liede mal du mal rein. Oh, Achtung, Blitz im Wasser. Jetzt ist Yoshi doppelt geschockt. Skop. Oh, ich wollte drüber fahren, Mann. Da vorne ist Bowser. Yay. Alter, bis wohin fliegen die Scheiß-Bananen eigentlich? Oh, eine ist da gelandet. Und hat offenbar einen Bowser getroffen, als er gesoffen hat. So, zweite Runde. Kann man es da auch noch probieren? Ich hoffe schon. So, jetzt mal ganz doll konzentrieren. Das ist aber voll scheiße beim Lacken. Oh, da. Ja, da war Fail und so. Das leckt auch gerade Ätzen. Da kann man ja gar nicht im richtigen Moment erdrücken, wenn man gar nicht weiß, wann das ist der richtige Moment überhaupt. Diese alten Fotzen, Mann. Und gleich mal umgekehrt und gleich mal Wario vollfrontal in seinen dicken Bauch. Das ist doch Brauch. Für die fette Sau. Mann, Alter. Fette Sau, Bowser. Bob's Gartschop. Das Bob's Gartschopfs reine Säle. Ha. Voll der Insider. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba. Oh, schön. Der kriegt wieder Vorsprung. Bowser ist doch abgekackt und ist irgendwo reingefahren. Dieser alte Stinker ist doch voll lame. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Wir sind aufs Entschuhe. Yeah. Epic. Tram. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Ich probier's nochmal. Bin ja weit genug. Ach, ich hab'n Pilz. Geil. Das heißt wieder mal halt. Cheaten mit dem Monkey Faces ist doch geil. So, ich muss aber jetzt nach links, ne? Ja. Cool, cool, man. Einfach so abgekürzt. La-la-la-la. Batsch. Ist mir doch egal. Mit Schwam. Geil. Hm, eiskalt. Die Bude gerockt. He-he-he. Gecheatert. Bin voll der Pornomesser. Vor allen Dingen, guckt mal, Leute. Jetzt die volle Ziellinie jetzt. Jetzt kommt der erst drin. Aber der PC wusste schon vorher, welche Reihenfolge die rin kommen. Ähm, emuliert. Voll dem. Wollen wir mal, wenn. Nein, das ist ja auch so. Hm. Kann also nicht am Emulator liegen. Ist einfach nur schlecht vom Spiel kalkuliert. Aber wäre auch scheiße zu warten, bis alle drin sind. Muss man ja beim Online-Mailcard-Wie fahren. Muss man ja mal warten, bis alle drin sind. Außer der Letzte. Weil der steht da sowieso fest. Was ist denn? Und wir zerskappen. Nur richtig schön vorm Bildschirm. So mal so skappen. Ist leider not. Alter, auf zu lecken. Ja. Gleich mal abgedüst. Ja. Ich gebe jetzt hier Vollstoff, Alter. So richtig Gas, Mann. Ist denn einfach nur richtig krass, Mann. Und Gas geben. Gas geben. Gas geben. Gas geben. Gas geben. Tschüss, ihr alten kacki Idioten. Ihr habt doch keine Hoden. Scheiße. Schon wieder so ein kacki Zug, Mann. Alter, Luigi, du ugly face. Du Spast. Hä? Wo ist ein erster und zweiter? Alter, wie weit sind die vorne? Hä? Wie haben das denn die gemacht? Hä? Sind die irgendwie durch den Zug geglitscht, oder was ist los? Ich habe überhaupt keinen an mir vorbeikommen sehen. Leider ist... Leider ist... Leider, Gott sei Dank ist die Strecke hier relativ offen. Das heißt, er kann sie bestimmt noch kriegen. Ja, der Dicke kriegt gerade eiskalt aufs Maul. Boah, leck. Boah, extrem leck. So, eiskalt erster geworden. So, bin entspannt, ob die PCs mir wieder nicht hinterherkommen. Wäre irgendwie ziemlich creepy. Aber es sieht nicht so aus. Badam-bam. Badabam. Badabam. Badabam-bam. Hi. Ja, hi. Ich grüße dich. Wo ist ein Hai? Geil. So, hier schön quer über die Straße legen. Ah, haha, reingefahren. In die beschissene Banane. So, jetzt bin ich schön weit vorne. Weiß nicht, ob der Bug wieder eintritt. Wenn man irgendwie hier erster ist, kommen die Affendimente her. Wurde mir schon öfters erklärt. Das schaffe ich. Nein. Oh. Na toll. Aber fail. Ich dachte, ich schaff's noch, aber ich schaff's nicht. Lass mich raten, er ist jetzt an dem Zug vorbeikommen. So, keine Sorge, Tobi. Ich hol dich gleich wieder ein. Da bist du platt. Richtig platt. So, platt. Gib doch mal Speed-Donkey. Der wird gleich wieder groß. Mann, jetzt... Oh. Huch, alla. Wolltest du mich verarschen, ja, Pilz? Hier, frisst das. Boom ins Face. Und der überholt und... I'm the first. You're the baddest. Donkey gewinnt. Er ist dem Losen entrinnt. Und so. Soll ich meinen Wortschatz ein bisschen aufpolieren, weil ich mich jetzt zum Singen hab. Das wär echt mal wünschenswert. So, volle sechsten Reisepunkte. Das hat man selten hier noch im Spiegel gehabt. Aber für uns kein Thema. So, denke ich mal, wenn ich jetzt den drittwenigsten Lieblingscharakter nehmen würde, dann muss ich jetzt sowohl Luigi nehmen. Tja, das heißt, wir sehen Lucha wieder in der nächsten... In the next ways. Ba-dam. Da komm schon. Bam, 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 ba. Hm, 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 hm. Ich bin überrascht, wenn ich überlege. Ich hab jetzt zu Weihnachten den ersten Part hochgeladen. Und jetzt haben wir den, hm, zehnten ersten. Das ging ziemlich fix, muss ich sagen. Nee, halt, das ist nicht erst der zehnte. Dann gucken wir aufs Datum. Kann ich gar nicht nebenbei machen. Der dreizehnte ist heute. So, ernst nebenbei. Bei Nilk nehmen heute am Sonntag wieder mal eine richtig fette Session. Auch für die nächste Woche. Weil die nächste Woche extrem stressig wird. Ba-dam-bam. Allerdings, wenn du diese Folge seht, ist die wahrscheinlich schon hinter mir. Weil ich muss ja bloß bis Donnerstag kommen. Und dann hab ich's eigentlich mehr damit nicht geschafft. Weil dann... Ach, naja, Mittwoch, Donnerstag gleichzeitig Klausur und so. Ba-dam-bam. Ein für ein Fach, wo ich total schlecht stehe. Was ich aber nicht machen will. Und deswegen ist ich so schlecht stehe. Und das andere ist Leistungskurs. Na toll. Ist doch kacke. So, ein Wisch ist... Oh, Mist. Da-dam-dam-dam-dam-dam. Mario hat sich echt bepisst. Den hatte ich auch schon mal. Congratulations. Ja, ja. Du brauchst ja nicht so freuen. Du bist aus Gold, ne? Du bist aus Banane. Alter Affe, du. Gut. Dann hat man das erledigt. Und ich würd sagen... Mario Grand Prix. Ja, ich würd's nicht Mario. Select your player. Du, da ist Lutscher dran, ne? Ja, ho. Ja, freut ihn nicht so. Oh, und dann einmal strecken. Und dann jetzt weiter in der nächsten Race. In der nächsten... Next Battle Race, man. Mit Flower Cup. In... In Mirror Mode. Ähm. Da freu ich mich jetzt schon nicht drauf. Ja, weil Flower Cup, ihr wisst es alle. Ist Toast... Äh, nee, Quatsch. Flower Cup. Der Toast Starpack, ne? Autos, Spiegel Mode. Die kommen einem entgegen. Voll nicht cool und so. Hier ist nicht links rechts und mit rechts. Sind die Autos ohne umgedreht. In der Richtung. Ist voll fies. Hm. Na gut. Ich denk mal, wir sehen uns dann wirklich alle wieder im nächsten Part. Ich hoffe es doch. Bis dann wieder mal. Macht es gut. Hau da rein. Tschüssi Kowski und ciao. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part.